Nach vier Jahren Bauzeit renoviert Mercedes den GLK und zwar vollständig. Das SUV erhält eine frische Optik mit mehr Rundungen und eine umfassende Überarbeitung an Motoren, Ausstattung und Technik. Von außen ist die neue Version vor allem an geänderten Scheinwerfern, LED-Tagfahrlicht, Heckleuchten und Dachreling zu erkennen. Statt eines Offroad-Pakets erhält jetzt jedes Modell eine verkromte Blende an der Frontschürze, die durch ihre Formgebung an einen Frontbügel erinnert. Das Motorenangebot ist weitgehend mit dem des Vorgängers und der aktuellen Mercedes C-Klasse identisch. Es gibt vier Diesel und einen Benziner mit Leistungen von 143 bis 306 PS und einem Mix von CDI und Bluetech Modellen ähnlicher Leistung. Die beiden Basisversionen GLK 200 CDI und GLK 220 CDI sind wenig Geländewagentypisch. mit Heckantrieb verfügbar. Ganz neu im GLK haben wir den Steer Assist im Fahrzeug. Der Steer Assist unterstützt den Fahrer durch entsprechende Lenkmomenten Vorgabe bei unterschiedlichen Reibwerten im Bremsen in die richtige Lenkung zu richten. Ganz neu beim GLK die Stronic Plus Assistenzfunktion auch aus S-Klasse und E-Klasse bekannt. Des Weiteren haben insbesondere im Offroad die DSR-Funktionalität weiter optimiert hinsichtlich Komfort. Die Traktionsregelschwellen würden nochmal explizit verbessert. Von außen speziell die Fahrzeuge ausgerüstet mit dem Offroad-Paket unterscheiden sich durch ein höheres Fahrwerk. Das heißt der Bodenabstand hat sich erhöht auf drei Zentimeter. Als neue Assistenzfunktionen im GLK die Funktion Hold und Hill Start Assist die Funktion Hold, die das Fahrzeug unbegrenzt hält und das Fahrzeug sichert. Die Funktion HSA, die den Fahrer unterstützt beim Anfahren im schwierigen Gelände. Entscheidend im Gelände ist eine ausreichend hohe Bodenfreiheit. Der GLK neuster Generation weist hier mit drei Zentimeter ein zusätzliches Puls vor. Des Weiteren entscheidend sind entsprechende Offroad-Reifen, die montiert sind am Fahrzeug und ein entsprechender Unterfahrschutz am Fahrzeug vorhanden ist. Im Gelände gilt es besonders vorausschauend zu fahren, als oberste Regel die Geschwindigkeit den Verhältnissen anzupassen und sich im Vorfeld bereits ein Bild zu verschaffen, wie der entsprechende Streckenverlauf ist. Mittels der elektronischen Regelsysteme schafft dieser Wagen einfach den kompletten oder jegliches Parcours und ist somit mit großer Freude im Gelände zu bewegen. Die neue Lenkung kommt mit ihrer variablen Übersetzung insbesondere auch dem Fahrverhalten zugute. Der GLK wirkt deutlich agiler, während die reduzierte Lenkunterstützung den gerade Auslauf bei hohem Tempo beruhigt. Ebenso viel Feinarbeit steckten die Ingenieure in den Federungskomfort. Die Preise beginnen künftig bei 36.235 Euro für den GLK 200 CWI. Die günstigste Allradversion kostet mindestens 42.142 Euro.